und herzlich willkommen zu part 15 der disney legacy challenge in diesem part erfahren wir ob die elsa schwanger ist und wir feiern olafs geburtstag ich wünsche euch ganz viel spaß los geht's so welcome back at family frosts haus jetzt sind es wirklich jetzt heißen sie heißen jetzt nein wir müssen frost heißen es geht doch nicht kann ich das ändern hier ja bestimmt mann 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 all righty heute ist ja schon wieder ein richtig spannender tag den oder fahrt geburtstag oder für dein kind das wäre ein anders das haus mal um zu gestalten aber bevor irgendwas machen wir jetzt einen schwangerschaftstest damit ich weiß ob die kleine elsa nein ob die kleine elsa noch mal ein baby bekommen wir brauchen nämlich noch unsere nächste generation die prinzessin also ein mädchen und das muss ich improvisieren er erwartet ein kind dieser haushalt bekommt ein neues mitglied er kannst du bitte ein bisschen glücklicher sein darüber sehr cool drückt die daumen dass es ein mädchen wird da ja alle nein morgen bist du doof warum isst du das morgen wir sich selbst vergiften haben wir noch irgendwelche reste ja nimm dir kuchen manometer aber ich kann jetzt an die küche echt nicht mehr sehen das ist ja furchtbar hier ich glaube ich design die schnellung das geht aber auch nicht hier machte schlafzimmer haben mit so viel geld eigentlich könnten wir echt mal ein upgrade machen bis gleich darf ich vorstellen das ist die neue frost residenz ist kein mini aus mehr wie ihr euch vielleicht denken könnt aber ich wollte so ein modernes landhaus kann man das landhaus nennen ich weiß es nicht aber hier mit dieser schönen veranda das gefällt mir richtig keine haustüre mehr shit wir brauchen eine haustür so jetzt aber jetzt haben wir eine haustür ich hoffe sie können sie benutzen das ist ziemlich eng hier aber wie ihr seht haben wir kein geld mehr darum konnte ich es nicht noch größer bauen aber im prinzip ist jetzt der eingangsbereich dann hat es hier für eine etwas bessere küche gereicht wir haben hier jetzt ein kleines sofa mit sogar einem fernseher haben einen schönen esstisch bereich darf zum was gleich geblieben hat es auch gleich geblieben jetzt haben wir aber den zweiten stock hier ist ein erstes großes kinderzimmer hier ist das zweite kinderzimmer für das zweite kind die sehen jetzt halt noch sehr karg aus aber mehr hat es leider nicht gereicht so und jetzt liebe freunde feiern wir den geburtstag von dem kleinen racker hier ach ja es ist übrigens winter geworden das heißt wir spielen jetzt schon ein ganzes zehn jahr denn im winter haben wir angefangen mit unserer disney legacy welche erinnerungswürdiger moment so christoph schreibt uns hey ich habe gehört dass du dich mit anna frost angefreundet hast sie ist ziemlich cool jetzt sie ist deine ehefrau du solltest sie cool finden jetzt packt du mal bitte für deinen kleinen racker einen winterkuchen warum nicht und du könntest dir eigentlich mal was wärmeres anziehen das wäre ganz cool setzt sich mal dahin und du setzt dich auch mal dahin du kannst dann mit deinem sohn eigentlich ein bisschen werden sehen und anschauen aber natürlich den kinderkanal was tust du bist schon drin ich habe es ziemlich kalt kann das sein dann kannst du da auch gerne zuschauen die immer noch kalt sehen wir immer seine warme kleidung und nicht dass er uns noch erfriert der kuchen ist auch schon in der mache ich kann gar nicht erwarten was was er jetzt für ein kind bekommt was mein kind also geschlecht ihr wisst was ich mein ob wir unsere nächste generation starten können schreibt mir mal bitte unbedingt in die kommentare mit welcher generation wir weitermachen sollen da bin ich mir noch überhaupt nicht sicher da ich ja eigentlich mit der komplett falschen generation angefangen habe weiß ich jetzt nicht so wirklich mit welcher ich weitermachen soll also gerne in die kommentare damit wenn ihr wünsche habt hat sie jetzt hier hat sie nicht jetzt hat sie den kuchen schon angeschnitten madame dann darfst du jetzt gleich noch mal einbacken man der war doch für den sohn haben wir doch nicht machen so dann dürfen auch noch die liebe die kennen sich noch nicht die liebe anna darf kommen der christoph darf kommen und natürlich auch die alles denn wir sind eine happy family und feiern somit auch mit unserer happy family da sind sie ja auch bitte doch mal deine schwägerin hallo so und bevor jetzt irgendjemand diesen kuchen anrührt ein madame du ist jetzt nicht du bist jetzt schnell geburtstags kerzen und dann postest du die kerzen aus das klappt ja gar nicht hallo wollt ihr mich eigentlich komplett veräppeln die kunstern jetzt mal weg gibt es doch nicht hallo hilf ihm jetzt helfen hola klappt das jetzt nicht hingekommen ja feiert alle ab olaf ist älter geworden olaf hat mit seinen kleinkind fähigkeiten ein bonusmerkmal verdient die bonusmerkmale von olaf findest du in der simologie sehr cool bestreben da er ja ein sehr sehr wildes kind war und sehr viel chaos veranstaltet hat und eine hibbelige biene war nehmen wir kleiner frech dachs das passt ganz gut zu ihm und da nehmen wir ja aktiv da ist hat er sich gerade eingepieselt die ich würde sagen ich sei den olaf mal kurz um so darf ich vorstellen hier ist unsere kleine olaf ich habe ihm so einen etwas cooleren look gegeben weil er glaube ich mir so ein richtiger draufgänger ist also hier so ein hoodie dann als abendkleidung etwas lässiger sportkleidung nacht coole ausgekleidung im kleidung heiße kleidung kalte kleidung alles klar elsa habe ich auch ein kleines outfit update gegeben denn es ist ja jetzt winter und ihm habe ich auch mal einen pulli gegeben ich konnte ihn nicht mehr sehen dann braucht er jetzt auch noch ein anderes bett ich glaube elsa muss erst mal ihre betrunen verkaufen sonst kann unser sohn heute nirgends schlafen das muss auf dem sofa pennen das wollen wir ja nicht dort wollen wenn ich ach du mal den mega verkauf die pflanzen sind leider alle winter ist nicht so eine gute jahreszeit für uns na gut du bist todmüde deshalb es hat mal schneller das war doch noch nicht alles weil der schneesturm hier wird doch noch was ja wunderbar das sollte für ein kinder betreuen denn zimmer sieht halt noch sehr trostlos aus aber erst mal muss man ihm papi wieder geld verdienen damit wir ihm ein schöneres kaufen zu machen damit wir uns ein schöneres zimmer für ihn leisten können nehmen wir denn das sieht doch gar nicht schlecht war die tapete passt 0,0 so was hier etwas farbenfroheres zimmer machen wir jetzt hier können wir die teppichfarbe wenigstens ändern auf grau gelb ja grau oder gelb das ist ein richtig farbenfrohes zimmer das ist ein richtig farbenfrohes zimmer das ist auch witzig so das kann dann eigentlich auch weg kriegt dann eine andere lampe vielleicht auch nur eine stehlampe da gibt es so die bunte nehmen wir die das passt doch vielleicht noch für einen kleinen schreibtisch ja gerade so hier sind unbequemen stuhl dazu und wir brauchen noch mal eine lampe ja für mehr spielzeug reicht es halt irgendwie nicht wir könnten ihm na mal gar nichts mehr hier fahrt finde wenn wir zu den pfadfindern schicken jedes passt nicht so zu ihm ist glaube ich eher so ein ein raudi ja da passt gar nichts wir könnten ihm einen spielturm wäre passend für ihn aber können wir uns nicht leisten so damit musst du erstmal zufrieden sein aber oh nein das ist jetzt dein bett und du gehst jetzt schlafen dir geht es auch nicht mehr so prickelnd immer pipi dann können wir eigentlich den kuchen essen dann können wir eigentlich den kuchen essen der ist erstmal baden gegangen weil er sich eingepieselt hat das kannst du dann auch bitte mal aufwischen hier so die liebe Alice muss los der Bruder muss los die hat wohl Verpflichtungen aber Anna ist noch ein bisschen da wann ist sie denn im zweiten trimester in 15 stunden in 15 stunden wissen wir es ob es ein Mädchen oder ein Junge wird so ansonsten da die Pflanzen gerade nicht so viele abwerfen könntest du eigentlich etwas malen du musst morgen auch wieder zum arbeiten und du solltest dringend mal befördert werden because we need some money we need some money 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 das muss be funny in a rich man's world du 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 ah jetzt ist eine Geburtsturkunde ich glaube das interessiert ihn ja weniger aber okay dann wissen wir wenigstens von wem sie ist und dann kannst du euch auch noch ein bisschen was essen oh hi watten matten duden da ja sag er kann reinkommen da voll der schneestürm draußen wir sind ja keine unmenschen wir sind ja keine unmenschen ich habe schon wieder Hunger wir nehmen dir was nimm du dir auch noch ein Stück nom 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 juban fires herrlichen Glückwunsch zum Geburtstag thank you so wenn du das gegessen hast dann gehst du bitte wieder ins Bett wobei ich glaube dass er morgen noch nicht zur schule muss kann es sein ne oder drei tage urlaub zwölf stunden bis zum und doch er muss zur schule morgen alright darfst du nachher noch schnell deine hausaufgaben machen und du kannst das hier mal 765 simonien das ist ja mega gut kannst du da mal verkaufen bitte und dann brauchst du ein bisschen spaß bis zum fernsehen er hat schon wieder Kuchen okay er hat Hunger macht sie nein fernseher ein bisschen kühl ist es ja du kannst dann auch ins Bett gehen Jack hilft uns schon wieder im Haushalt so nice of you und er nimmt schon wieder ein Schönheitsbad okay ja gut dann darfst du auch ins Bett gehen morgen darf heute dann mal was zum Frühstück servieren ja und Toast du darfst gerne mal duschen gehen wenn du das möchtest du machst jetzt schnell deine Hausaufgaben sehr gut und sobald daddy hallo kannst du nicht einfach stehen lassen sobald daddy Frühstück gemacht hat könnt ihr alle zusammen frühstücken hallo mach jetzt Frühstück gibt's ja nicht du kannst dich schon mal hier nein hinsetzen du kannst dich auch hinsetzen aber ich muss dringend ein Thermostat installieren das ist so kalt in dem Haus boah gibt's das auch oder kannst du das bitte fertig machen perfekt hier bedien dich ein Gericht nehmen ja du darfst zur Arbeit gehen und dir ein Gericht nehmen erstmal noch Familie Frühstück wundervoll so wenn du fertig gefrühstückt hast gehst du bitte noch kurz duschen damit du an deinem ersten Schultag nicht stinkst denn Hausaufgaben hast du fertig ja wunderbar dann steht dem ersten Schultag ja nichts mehr im Wege und duschdrengst dich heute mal bitte an ich möchte dass du gefördert wirst fleißig fleißig was machst du einen Schneemann bauen na gut wenn du fertig damit bist machen wir bitte hier einen Megaverkauf können wir hier auch was verkaufen ja wow das bringt halt einfach mal gar nichts ja gar nichts stimmt jetzt auch nicht aber könnte schon mehr sein dann müssen wir halt wieder aufs Malen setzen dann müssen wir halt aufs Malen setzen es ist ja immer noch da du kannst nicht zu spät kommen an deinem ersten Schultag los geh geh ich würde sagen dass wir Alice dann auch demnächst altern lassen weil ich möchte dass die zwei richtig gut ähm befreundet sind befreundet sind und durch dick und dünn gehen es hört aber auch gar nicht mehr auf zu schneiden so sie ist im zweiten Trimester sobald morgen wieder nach Hause kommt gehen wir Geburtstagseinladung alle Rede über eine Geburtstagsparty zu der Olaf nicht eingeladen ist bisher hatte er eigentlich gedacht der Gastgeber wäre sein Freund warum hat er also keine Einladung bekommen soll er seinen Freund fragen oder nicht ja frag doch warum du keine bekommen hast nun ja das ist nicht besonders gut gelaufen Olaf hat nur ein Kopfschütteln zur Antwort bekommen und jetzt geht sein Freund ihm aus dem Weg ach egal wer braucht schon einen Freund wie diesen sollst oh nein aber Olaf dann war es kein richtiger Freund wenn er nicht möchte dass du zu seinem Geburtstag kommst so einfach ist das das Frühstück räumst du jetzt mal bitte schnell weg auch die Jungs müssten ja dann auch bald nach Hause kommen 16 Uhr das passt vielleicht schafft er es sogar befördert zu werden vielleicht wenn du möchtest kannst du eine Runde joggen gehen ach so du siehst schwanger das geht nicht na gut dann arbeite doch mal hier dran und mach einen Gartentopf dann bist du draußen und verdienst Geld wer ruft ihn jetzt an die Anna ja ich habe gehört dass du dich mit Siobin Firas angefreundet hast ja ziemlich cool wer ist denn das hat er schon einen Freund gefunden ach ne das ist sie hm er soll doch Freunden in seinem Alter finden Olaf hat Jens in der Schule getroffen na also den Jens ich verhungere sollen wir uns zum Mittagessen im Restaurant City treffen nein nein heute gehen wir nicht essen du kannst dann eigentlich mal Mittagessen servieren heute gibt es Würstchen und Bohnen Olaf ist mit einem Schulprojekt nach Hause gekommen warum hören die denn normale auf zu kochen koch jetzt gibt es ja nicht und dann warte bitte bis deine Family auch kommt nimm dir ein Gericht so Mama und Sohn beim Essen oh er ist voll traurig weil er einen Freund verloren hat das tut mir leid das tut mir sehr leid befördert zu Betreuungslehrer morgen wurde befördert sehr cool 45 Simoleons ist das jetzt 6 Simoleons mehr pro Stunde geht so war wo sind das Schulprojekt hier wir haben gar keinen Platz für ein Schulprojekt wir haben gar keinen Platz für ein Schulprojekt passt es oben hin nein wir sind in den leeren Raum rein ihr könntet eigentlich mal alle zusammen stopp jetzt geht die liebe Elsa zum Gynäkologen mit ihm hier ich bin gespannt ich bin so gespannt bitte lass es ein Mädchen sein es wird höchstwahrscheinlich ein Junge nja oh man das heißt wir brauchen noch mal ein Kind gibt's das? äh na gut nja hauptsache gesund heißt es ja ne aber äh ich brauch doch noch ein Mädchen dann ist die nächste Generation gesichert wird schon noch klappen Olaf du kriegst einen Bro Broski einen Broski okay liebe Freunde ich würde sagen wir beenden den Part dann auch an dieser Stelle ich äh denke im nächsten Part ja im nächsten Part wird definitiv Olafs Bruder zur Welt kommen bitte schreibt mir Namensvorschläge in die Kommentare bitte würde mich sehr sehr freuen ich habe nämlich keine Ahnung wie ich ihn nennen soll also her mit euren Vorschlägen und wenn euch das Video gefallen hat gebt ihm gerne einen Daumen nach oben und drückt auch gerne auf den Abonnieren Button hier der irgendwo rum hier rum schwebt ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal ciao ciao und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal